Wenn man anfasst, musst du es durchziehen. Das finde ich wahrscheinlich auch noch abschreckend. Ich sage immer, wenn du das Beist mal hast, musst du es immer füttern. Herzlich willkommen zum mittlerweile 31. DigiTalk. Heute mit einem ganz speziellen Gast, ich freue mich ausserordentlich, Simon Muster, ehemaliger Uni-Kollege. Mittlerweile bin ich bei der Agentur in Bern als CEO tätig. Es ist lustig, 15 Jahre später stehen wir beide wieder irgendwo an einem gleichen Punkt, machen wieder etwas ähnliches. Ja, freut mich ausserordentlich, dass du da bist. Vielleicht zwei, drei Worte zu dir, dass die Leute da wissen, was du so tust, was du machst. Ja, danke für die Einladung, Thomas. Schönen Glück. Sie sind ziemlich genau, glaube ich, 15 Jahre. 15 Jahre sind sie ja. Genau, mein Name ist Simon Muster, CEO von Maxo Media. Wir sind eine Full-Service-Aventur, oder Schimpfenis-User-Journey-Aventur. Sprich, so ziemlich auch so mit Kommunikation zu tun hat und irgendwo vorne beim Campaigning anfängt, über eine Webseite geht und hinten in ein CRM hinein. Das haben wir dort und versuchen, Touchpoints so gut wie möglich zu verknüpfen und gute Inhalte zu geben. Die Story über all die Handspoints zu erzählen. Ja, sehr spannend. Jetzt nehme ich natürlich mal ein Wunder, wie du jetzt an diese Position gekommen bist. Ich meine, wir haben das jetzt 15 Jahre nicht gesehen. Oder ja, ungefähr 15 Jahre. Jeder hat seinen Weg gemacht. Ich weiss, was ich gemacht habe. Wie kommst du darauf, dass du jetzt CEO einer KMU-Agentur bist? Ich glaube, viel Leidenschaft. Ich meine, das müsste ich ein Wort zusammenfassen. Sonst war der Weg relativ Patchwork-mässig. Ich bin nach der Uni übrigens. Das war mein erster Job bei Maxo Media. Okay. Weil wir ja so viele gute Dozenten hatten und gesagt haben, die Agenturen seien so toll. Da hat es mich nach der Uni zuerst einmal dorthin verschlagen. Ich bin dann noch etwas auf Reisen gegangen. Ich habe dann ein Angebot von Nike bekommen. Und ich fand dann auch super geil Nike. Das muss man sehen haben. Ich bin auf die andere Seite vom Tisch gewechselt. Ich habe dann gemerkt, dass Grossfirmen aus Americanid nicht wahnsinnig kompatibel sind. Ich bin dann zurück in die Agenturlandschaft. Und dann bin ich immer mit Bernhard in Kontakt geblieben. Und irgendwann hat er angerufen und gesagt, jetzt hätten wir Platz frei. Und dann als Leiterberatung ging ich wieder zurück in die Maxo Media. Und jetzt sechs, sieben Jahre später wieder ab. Er hat uns dazu entschlossen, dass er immer ganz viele Ideen hat. Und das Problem ist, wie du immer im operativen Alltag bist. Da kommst du nicht so dazu, die Ideen voranzutreiben, die man sonst noch haben könnte. Was man sonst noch machen könnte. Was es sonst noch für Geschäftsfelder gibt. Und da hat er sich entschlossen, dass er eine Zeit rausnimmt. Und eigentlich versuche ich die Ideen, die alle im Kopf herumgetragen worden sind, das mal anzugehen. Und ich mache die operative Leitung für Agentur heute noch. Ja, sehr, sehr spannend. Ja, es ist ein spannender Werdegang. Bei mir war es ein bisschen anders. Logisch, es sind viele Familien und so alles. Aber trotzdem... Ja, ein paar hatte ich. Ja, einen Club hatte ich auch noch schnell. Also ein paar, einen Club... Ja, ich sage jetzt mal so, ich würde mich jetzt als Unternehmer betiteln. Ich würde mich jetzt nicht unbedingt als CEO betiteln. Ich mag es auch, wenn ich hundert verschiedene Projekte habe. Ist dann eher Gefahr, dass gewisse Projekte eben nicht den Fokus gibt. Jetzt habe ich da wirklich ein Projekt mit der DigiCube, wo ich auch hundert Prozent Fokus gebe. Und eben sehr viele Sachen auch realisieren können in dieser Agenturwelt oder kombinieren. Und deswegen ist das sehr, sehr spannend. Aber ja, ich glaube, man lebt von den Erfahrungen. Man wird erfahrener oder intelligenter. Man weiss mit der Zeit mehr. Und das kann man, ich glaube, in jedem Geschäftsfeld anwenden. Ob das ich angefangen habe in der Logistik... Ich habe sehr viele Sachen, die ich dort gelernt habe, kann ich auch heute anwenden. Ich sage jetzt ein strukturierter Denken. Uni sowieso. Ich meine, HSG ist sehr, sehr strukturiert. Ich glaube, du lernst nicht wahnsinnig viel Inhalt, den du nachher mitnimmst, aber du lernst so Probleme herangehensweise usw. Und darum nehme ich überall das aus und probiere es, den neuen Job wieder anzuwenden. Aber ich glaube, es ist bei dir ähnlich. Welcher Schritt zu Nike war auch wichtig im ganzen Ding, oder? Absolut. Ich habe ganz viel über Politik gelernt, was wichtig ist. Ich glaube, ich war vorher völlig nicht der Mensch. Ich war mehr straightforward und dachte, das muss man doch nicht und das hier. Und dort habe ich gelernt, was es heisst Stakeholders. Was man Uni so schön hat gelernt, man müsste auch Stakeholders abholen. Und plötzlich bist du nach einem amerikanischen Grosskonzern und dann lehrst du plötzlich, was es heisst Stakeholders abholen. Also ein super Lehrplatz gewesen. Das war jetzt nicht der tollste Job in meinem Leben. Was hast du denn gemacht bei Nike? Brandmanagement für Sportswear. Also irgendwie alles. Und die Marke Nike Schweiz ist gegangen für Freizeit. Sport und Performance hatte ich ein Counterpart. Du hast jetzt beide Seiten des Tisch angesprochen. Wolltest du jetzt sagen, wo liegt der grosse Unterschied? Ich meine, würde sicher auch der eine oder andere interessieren, wenn ich als grosse Firma an den Tisch komme, oder als Agentur. Ich meine, jeder will irgendwie etwas anderes. Wo liegt die Gemeinsamkeit und wo liegt die grossen Unterschiede? Wie soll ich sagen? Wahrscheinlich in Gemeinsamkeit fallen trotzdem der Unterschied. Es kommen beide, egal wie fest, dass man von User-Centered und Kundenzentrierung spricht. Jeder kommt ein wenig von innen gerichtet an den Tisch. Also die Agentur kommt, das habe ich bei Nike extrem gemerkt, oder eine supergeile Brandform mit der Agentur herzoggen. Und die haben auch schon 100'000 Ideen im Kopf gehabt und gefunden, was man mit Nike machen könnte. Auf der anderen Seite haben wir ein sehr politisch aufgestellter Laden. Du hast jetzt nicht wahnsinnig viel Spielraum gehabt. Du hast es ein wenig gehabt. Und ich glaube, das ist etwas, was wirklich beide haben. Auf beiden Seiten des Tisch ist. Beide kommen mit einer relativ starken Vorstellung im Kopf. Und darum glaube ich auch etwas vom Wichtigsten ist, wenn man von diesem User-Centered oder Kundenzentrierung spricht, mal auszudiskutieren und mal eine gleiche Basis zu schaffen. Ich glaube, das ist etwas, was in meinen Augen viel zu wenig gemacht wird. Ist das eine Welle weg allgemein bei grossen Firmen? Wenn du in grossen, also ich sage, grössere Kunden auch gewünnst oder willst gewinnen, glaube ich auch, ist es... Wir haben unsere Wege, der Firma geht es gut. Welcher so... Der grosse Innovationsdrang ist bei den grossen Firmen nicht so da? Auch gewünscht nicht so dran? Ja, ich weiss nicht, ob er nicht da ist. Ich glaube, es ist... Oft geht es auch nicht so schnell. Also, wenn sie dir auch nicht sagen, wenn du mit 30 Leuten bist relativ schnell, wenn du eine Idee hast und sagst, komm wir machen es jetzt so, dann kannst du schnell mit 30 Leuten zusammentrommeln und sagen, komm wir gehen jetzt den Weg zusammen. Und dann sagen auch, cool, machen wir. Schön wäre es. Oder 25, glaube ich. Was wahnsinnig schwierig ist in einem grossen Laden, oder? Also, ich meine, wie du hier eine Idee hast, sowohl die Schweiz relativ autonom ist, hast du zuerst noch... Du musst auf Deutschland telefonieren. Von Deutschland musstest du auf Holland und am liebsten musstest du noch jemanden zu Amerika abholen. So, mit Kunden... Ich kann es oft nachvollziehen, wieso sie nicht so rabiat sind. Es hat halt ganz viele Leute, die involviert sind. Verschiedene Abteilungen. Ich glaube, die Schweiz ist immer noch sehr stark im Silo-Denken. Ich glaube, für das sind auch Agenturen gut. Dass irgendjemand kommt und dann sagt, gut, das ist schon klar. Euer Informatiker sagt das. Die Marketingabteilung wird das. Und ich habe immer noch den Vertriebsleiter. Der hat sowieso noch mal ein Bedürfnis. Und ich glaube, das ist zum Beispiel ein Aufgabengebiet, wo Agenturen hervorragend machen können. Also herkommen und sagen, schau, wir helfen uns die Aussensicht zu nehmen und einfach mal streamlinen, was da ist. Unabhängig von den internen politischen Interessen der Grossfirma. Hangen sie vielleicht auch ein bisschen damit zusammen? Ich komme jetzt auf das Thema Branding ein bisschen zu sprechen. Ich meine, das sind alles Brands, die haben sich über Jahre irgendwo auch positioniert und haben ihre Marke so aufgebaut. Und darum redet man ja heute von einer Marke. Nike ist sicher eine Marke. Es gibt viele Marken, die man kennt. Dass die vielleicht auch Angst haben oder einfach irgendwie das Standing nicht verlieren und zu innovativ sind. Weil alle haben sie ja eine Brand. Da geht es auch ein bisschen um das. Dass sie nicht zu Westen immer links und rechts gehen, sondern eher so ein bisschen konstant fahren wollen. Ja, ich glaube auch gut kontrolliert. Ja, kontrolliert wird. Was besser. Wie soll ich sagen? Wir haben ja in der Schweiz, wir haben ja auch in der Haubebeneigung zu reden. Das war ja oft unter dem Radar. Aber es gab schon ein paar Fälle, die sich Brand Control Beaverton eingeschaut hat. Also das ist wirklich so die Monitoren. Also wenn wir von einer guten Markenführung reden, das ist etwas, was ich da auch erklärt habe. Wenn wir von Learning sagen, was es heisst, Marken zu managen. Und zwar wirklich perfekt. Also wie Blogs und Social Media erforsten und wie irgendetwas in der Schweiz oder auf einem deutschen Blog ist aufgetaucht, ist die Chance wahrscheinlich relativ hoch gewesen, dass irgendjemand in Beaverton hat gesehen. Über die Kontrolle. Ich habe jetzt nicht einmal unbedingt nur spezifisch auf Nike bezogen gedacht, sondern auch sonst einfach. Ich glaube, ich bin der Meinung, und ich glaube, bei dir ist das gleiche Horn, Branding ist wichtig und wird immer, immer wichtiger. Vor allem mit den unterschiedlichen Medien, die du heute nutzen kannst, die du einfach präsent sein musst. Weil früher oder später wird es nicht mehr über das Produkt gehen, sondern über die Marke, bin ich der Meinung. Weil irgendwann, die Produkte sind austauschbar. Und ich komme jetzt mit Alexa, mit der Sprachschwörung. Du stellst vielleicht ein WC-Papier. Ja gut, dann ist es wichtig, dass eben vielleicht ein Hackle WC-Papier ist. Es soll jetzt gar keine Werbung für Hackle sein, da ist mir nur gleich ein Sinn gekommen. Aber, wo es darum geht, okay, deinen Namen im Kopf und vom Konsumenten auch zu festigen. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen deine Mentalität. Also man hat sicher die Uni gesehen, weisst du, du bist ein riesiger Markt. Ja, ich bin immer noch das Markkopfer. ich glaube schon, ich glaube nach wie vor, dass eine starke Marke etwas Zentrals ist. Ich finde nur, es ist immer schwieriger geworden, vor 15 Jahren ist es noch einfacher gewesen, weil, ich sage wirklich, die Medien sind noch nicht so demokratisiert gewesen. Also du hast heute viel mehr Touchpoints mit einer Marke, wie soll ich sagen, es wird viel mehr, wie soll ich sagen, mit einer Marke kommuniziert. Und am Schluss vom Tag, was ich glaube immer noch die Herausforderung finde, ist, dass alle Mitarbeiter arbeiten, im Sinne von einer Marke zu agieren. ein bisschen blöd gesagt, jedes Mal, wenn ich eine Mikrokasse gehe, ist eine Stunde der Wahrheit, die ich überprüfen kann, steht Mikro für das, wo der Herr oder die Dame die Kasse, wie sie mit mir umgehen. Ist klar. Aber eben, wir sind beides in der digitalen Welt unterwegs und in der digitalen Welt hast du vielleicht nicht mehr unbedingt die persönlichen Touchpoints, sondern eben Social Media, einen Onlineshop, ein Chatbot, whatever. Wie gross ist dort die Herausforderung, um die Marke auch persönlich zu halten? Das ist immer so meine Angst. Verliert dann die Firma nicht den Kontakt zum Kunden? Also ich bin ein riesiger Digitalisierungsfan. Aber es kommt bei mir immer so etwas Dinge auf, ok, aber wo bleibt denn der Mensch? Wo bleibt der Mensch im Zwischenring? Ja, da gebe ich recht, wie sich die Beziehung virtualisiert, dann schon. Ich glaube mehr, was wichtiger ist, wie gehst du mit den digitalen Touchpoints um im Sinn der Marke? Also wie für lustig stehst du, finde ich, dann musst du halt einen lustigen Chatbot haben. Ja. Aber das ist das, was ich meine mit Stakeholder vor. Ich glaube, es ist noch schwierig, weil es wahnsinnig viel in verschiedenen Units beim Kunden intern irgendwo hergestellt wird. Also der Chatbot ist vielleicht eine Idee und irgendein Pilot, der irgendjemand in der Digi-Abteilung hat gemacht. Und die schreiben nachher mal irgendwelche Antworten, weil sie es gut finden. Und das ist ein Pilot, der läuft irgendwo below der Radar. Und vielleicht agiert er völlig anders als das, was vorne aus dem TV-Spot propagiert wird. Und dann finde ich, dann ist schon Gefahr da. Ich glaube, in der Fragmentierung über die neuen, vielen Touchpoints, wo es ist, könnte an der Marke schaden. In dem Sinn, dass niemand da ist und versucht, die Dinge alle zusammenzuhaben. Also die übersetzt, die sagt, das Beispiel, oder jede Firma ist ja innovativ. Und ich finde, wie Innovation in deine Marke-DNA schreibst, gerade bei den digitalen Touchpoints, finde ich, da musst du ja innovativ sein. Das ist ein grosses Statement von der Marke, zu sagen, wir sind innovativ. Aber, wie hinterher deine digitalen Touchpoints so sind, findest du echt hier einfach ein Formular. Und das ist es. Hier habt ihr nicht daran gedacht, dass wir irgendwie mit einem Finder unterstützen könnten und mein Produkt zu finden. Das finde ich fast brutaler. Schlussendlich. Ja, und viele Lösungen wären ja da. Also grundsätzlich sind ja viel mehr Lösungen da, als eigentlich schon eingesetzt werden. Aber dann kommt es, glaube ich, der Bumerang wieder und landest in der Politik hinein. Dass das alles sehr, sehr viel Zeit braucht, auch bei grossen Unternehmen. Ich meine, ich habe ein Beispiel in 25 schweizweit bekannten Firmen auf Instagram geschrieben. Es hat nicht eine einzige zurückgeschrieben. Nicht eine einzige. Also hast du mal akquiriert? Ja, das war die Idee dahinter. Aber ich habe einfach mal so, das Schreiben so, hey, was ist so eure Dinge, so ist es mir nicht eine einzige von 25. Ich sage jetzt nicht, welche 25. Aber dann muss ich einfach sagen, sorry, dann hast du nicht verstanden, worum es geht. Dann hast du gescheitert keinen Social-Media-Kanal. Ja. Das finde ich noch stauerlich, oder? Ja. Die neue Generation, wie sie auf Twitter an der Firma schreiben, erwarten sie eigentlich innerhalb von spätestens 12 Stunden Antwort. Ja. Und ich habe heute noch keine. Also es ist schon ein paar monetäre. Und das ist für mich der Ansatzpunkt, okay, ihr macht es eigentlich kacke. Ich war eigentlich froh, sie haben es nicht zurückgeschrieben. Das hat mir dann gezeigt, ich habe einen Ansatzpunkt, um zu sagen, hey, aber jetzt haben wir jemanden, der mit euch interagieren will, Halleluja, das ist ja das A und so vom Marketing. Und dann tun wir nicht dasselbe. Ja gut, dann könnten wir das Geld einfach im Fenster rauswerfen. Ja, gut, das kannst du für alle sagen, da machst du es. Ja, ich weiss. Aber dann kommt dann wieder der langen Rattenschwanz vor, mit Politik und Pitching und ja, whatever. Wieso denkst du heute die grossen Firmen tun sich mit Social Media so schwer? Ich glaube, es steht viel auf dem Spiel. Also tatsächlich. Und ich glaube, Social Media ist ja wahnsinnig der Form. Es hat ja auch viele Schurnisse checken heute Social Media-Kanale von Firmen. Und ich soll sagen, vor sechs, sieben Jahren war es noch etwas Eldorado gewesen, noch etwas Aufbruchsstimmung. Also ich glaube, ich konnte noch offener sein. Und heute sind es einfach die Kanale am Schluss zur Unternehmenskommunikation gehören. Und da sind wir wieder wie kohärent, vertrittst du deine Marke am Markt. Und das endet halt der Regel oft in Prozessen, wo irgendwo die Unternehmenskommunikation halt Einfluss hat auf die Channels, was ja nicht nur schlecht ist. Ja, ja. Ich sage ja auch, es ist nicht, obwohl wir eine digitale Agentur sind, wie ihr auch, ich sage überhaupt nicht, es ist nur Social Media. Nur wenn ich auf der anderen Seite sehe, jetzt ist 95% ausserhalb von Social Media, dann redest du in Natolin und sage, ihr müsst Social Media machen und nur Social Media. Ja, vielleicht machen sie dann nachher 10% oder 15%. Ja, ja. Und das ist so, das sind so Sachen, die ich nicht verstanden habe. Es gibt Studien, wo sind die Leute auf dem Handy auf welcher Plattform, wo du ja vor 20 Jahren nicht gewusst hast. Hast du dann irgendwelche TV-Umfragen auf einer Standard- Überprüfungsgruppe? Ja, okay. Aber da kannst du effektiv schauen, wo sind die Leute auf dem Weg, durch Studien und alles. Und darum checke ich nicht, wieso grössere Firmen nicht einfach sagen, okay, wir investieren mal über zwei Jahre, wie sage ich, zwei, dreuhunderttausend Franken, um dort Stellen zu arbeiten. Das verstand ich nicht. Und auf der anderen Seite diskutiert man über Regulierungen und regt sich auf. Aber da hat man eine riesige Chance, um bei den Touchpoints zu arbeiten und noch authentischer zu sein. Ich meine, Social Media ist ja wirklich eine Authentizität, die du extrem schnell herausbringen kannst. Du kannst deine Marke extrem schnell transportieren. Gegenüber einer Kampagne, die über sechs Monate im Weg arbeitet. Mit ein paar Posts kannst du schon Einfluss nehmen. Ich verstand es nicht so genau. Vielleicht hat es mit der Komplexität anzutun. Es ist ein wahnsinnig komplexes Feld. Ja. Auf welchen Channel gehe ich, welche Geschichte erzähle ich auf dem Channel. Naja, mit einem TV-Spot weisst du halt, was du bekommst. Ja, ich kaffee. Das sagst du, aber ich meine, es ist schon ein bisschen so gemacht. Vielleicht, ich weiss nicht, jetzt nicht zu sagen, sie sind nicht mutig, aber ich gebe dir recht, es gibt ja auch Firmen, die es wahnsinnig hervorragend macht. Ja, ja, logisch. Es gibt ein paar Grosse, wo ich denke, wow, das ist zu mutig für so jemanden. Aber die Mehrheit macht nichts oder extrem wenig. Und extrem klassisch. Eigentlich so, die klassische Werbung sehr eins zu eins übertragen auf Social Media. Ja, multiplizieren den Content, welcher du weißt. Ja. Da gebe ich dir recht, das finde ich auch, ist ein bisschen enttäuschend. Aber da bin ich auch ein bisschen desillusioniert worden. Ich meine, gerade so, wenn wir noch rausgesehen, Facebook, super Dinge, da habe ich angefangen, jetzt ändert sich die Kommunikationswelt. Ähm, 15 Jahre später, das ist Reality-Check. Das ist nicht ganz so rausgekommen. Ja. Aber trotzdem hast du Leute, die auf diesen Knälen aufweg sind. Absolut. Also, ich glaube, es ist immer ein Mix. Also, ist ja so. ich meine, wie du die ganze Influencer-Geschichte und all das, ich meine, ich komme nicht von ungefähr, wie du heute eine 9-Jährige fragst, was ist die Thron beruft, dann bist du auch eher Influencer als Als Grafiker. Ja, wahrscheinlich. Aber ich meine, ist ja so. Früher wolltest du Rockstar werden oder Rapstar oder weiss auch nicht was. Heute wolltest du halt Influencer werden. Daher, das ist nicht so, dass das Medium nicht ... Also, es ist da, da gibt es Recht und es geht im Fall auch nicht weg. Ich glaube auch nicht. Also nein. Es ist lustig. So wie auch der Radio auch eine gewisse Berechtigung hat. Je nachdem, in welcher Art und Weise. Und aus meiner Sicht auch das Fernsehen eine gewisse Legitimität hat. Und die sind von riesen Herausforderungen und sehr, sehr viele, bin ich der Meinung, haben sie jetzt auch sehr schnell adaptiert. Wenn man mit Blickgruppen anschaut, wo extremen Wandel hingenommen hat. Also, ich glaube ja. Du kannst, du findest immer einen Weg und es muss immer einen Mix geben. Und ich bin auch der Meinung, es wird jedes Kommunikationsmittel auch eine Zeitung genommen. Ob es dann physisch da ist. Ich glaube, es hat jedes seine Berechtigung. Aber, so bin ich eben auch der Meinung, ein Social Media hat eine gewisse Beachtung bekommen. Und das transportieren, ja. Es ist ja tagtäglich, wie wir Kunden dort und ja, trotzdem redest man manchmal gegen eine Wand. ja, wahrscheinlich kannst du nicht direkt, also, da finde ich nichts anderes dran. Du kannst so ganz viel messen, aber das ist natürlich nicht der schöne Return on Investment, den so ausweisen wie in anderen Orten wahrscheinlich. Nein, ist so. Außer du hast ein physisches Produkt, das nachher hinten mit ätziger Strecke Conversion und so, ja. Aber vieles geht auf Branding, Social Media. Aber weisst du, um den Strich bin ich mit dir. Ich finde, Content ist King. Ja, ist schon vor 10 Jahren, 15 Jahren King gewesen. Ich finde es nach wie vor, das ist ja so, ja. Aber ja, es ist, glaube ich, schon schwierig. Du musst interne Ressourcen aufbauen. Das ist wahrscheinlich nicht ein direkter Return on Investment. Es ist sehr schwierig, dort zu sehen auf den ersten Blick, ja. Du hast ja ganz andere Kennzahlen. Vielleicht ist das Online-Medium ist halt lang gewesen. Vorausen Image hast du immer noch Plakate gemacht, hast du immer noch TV gemacht und das Online-Ding, das hätte man wunderschön messen können, oder? Ja. Wann ist heute für mich auch das Plakat vom Internet, aber früher hätte man nicht noch schön schauen können, gut, die haben geklickt, die sind gekommen, dann haben sie auf der Webseite gehabt, dann haben sie hinten noch etwas gekauft. Was natürlich über eine gute Content-Strategie, also A, braucht es viel länger, und B, ja. Ja. Dann musst du halt einfach andere KPIs nehmen, wo du sagst, du, wir wollen da und da erreichen, wir wollen Weichweite, wir wollen da. Ist klar, völlig etwas anderes. Und wenn du mal anfasst, musst du es durchziehen. Das ist wahrscheinlich auch unabschreckend, oder? Ja, und es braucht Zeit. Ich sage immer, wenn du das Beiste mal hast, dann musst du es immer füttern. Das ist ja so. Ich glaube, es gibt nichts Schlimmeres als, du fährst mal ein bisschen an und machst mal ein bisschen, du kannst nicht ein bisschen finden. Schlimmer. Also da ist es auch zu professionalisiert. Ja, auf jeden Fall. Also du musst einen Plan haben. Genau. Mein Ding war, so ein Schmied ist nicht nur ein Foto, sondern es ist eine Strategie dahinter. Ob dann das heisst, ich mache jeden Tag etwas, oder einmal in der Woche, sei ja dahingestellt. Je nachdem. Aber du hast gesagt, es braucht entweder Zeit oder Geld. Ja. Im besten Fall beides. Ja. Aber wenn du es mir machen kannst, kannst du das Geld für den Kunden und sonst musst du es selber machen. Ja. Das stimmt schon, aber ich glaube einfach, ja, es ist so ein bisschen unsere Aufgabe, in diesen Hahn hineinzubrasen und zu sagen, hey, machen, machen und dann steht der Tropfen Höltenstein. Ich glaube, es geht ein bisschen um das. Ja. Oder auch gerade für Branding, finde ich, ist es wunderbar. Also wenn du deine Markenwerten transportieren willst, wenn du das Image transportieren willst, gibt es eigentlich nichts Besseres als Content. Ich meine, du kannst ein Plakat machen und darauf schreiben über das Wissness und riesen Mediendruck zu zeigen. Die Frage ist, ob das die Leute mehr glauben, als wenn du das Thema aufnimmst in deinem Content und es immer wieder spielst. Wahrscheinlich ist es nachhaltiger, dass du die Leute irgendwann glauben, ah, die Marke hat irgendwie ein Wissness in sich aus. Ich verträge genau diese Meinung. Das ist für mich eine gute Content-Strategie. Ändern wir die Welt. Ja, nein, aber es ist so, eine gute Content-Strategie lebt davon, dass du sehr subtil, es geht dir dann eben nicht um das Verkaufen und deine Marke zu wählen zu verkaufen. Sondern wirklich über Know-how, über dein Wissen auch zu vermitteln. Ah, okay, wir haben diese Kompetenz in dem. Machen wir vielleicht noch einen Switch, damit wir nicht nur über Social Media nehmen. Wir würden nämlich auch eure Agentur ein bisschen unternehmen. Das Agentur lebt bei euch, vor allem, weil ich jetzt auch ein bisschen mitreden kann. Ich meine, ihr seid über 20 Jahre alt. Ja. 96 Jahre? Letztes Jahr, nein, letzte Woche, gerade 23 Jahre. Oder diese Woche. Nein, diese Woche wäre 23 Jahre. Okay. Ähm, 23 Jahre ist relativ lange. Ich leite nur eine 23 Jahre dabei. Ich weiss, aber du kennst natürlich die Geschichte. Ja. Wie hat sich das Agenturleben verändert? Was sind die Herausforderungen heute gegenüber, ich sage jetzt, vor 10 Jahren? Ja, einfach zusammengefasst, dann kommst du nicht mehr so einfach durch. Also, vor allem die, die Madman haben gesehen, ich glaube, diese Zeiten sind wirklich durch. Ich glaube schon, es braucht immer noch gute Ideen. Früher war die Idee Heilig. Da ist der Agentur geholt, weil die Leute intern sind kreativ. Das ist, ich glaube, nach wie vor immer noch so, wie du so positioniert bist. Ich glaube nicht mehr, dass es so viele Agenturen braucht, die sich so positionieren. Du redest jetzt von den grossen, oder? Genau. So die, die wir jetzt nicht nennen, aber... Oh ja, die alle. Und ich glaube, was sich stark am ändern ist, es hat sich ja schon etwas abgezeichnet. Wie soll ich sagen, gerade im digitalen Bereich geht es in meinen Augen viel mehr in eine richtige Beratung. Also wirklich wieder Beratung. Und zwar nicht nur zu sagen, wir können erst die grosse Idee abfeiern, jetzt haben wir ja eure Markengeschichte und jetzt machen wir sehen, wie das aussieht. Es gibt wahrscheinlich einen Grund, dass man in Accenture Hackertroba 5 gekauft hat. Also wie jemand von den grössten Beratungsunternehmen von der tollsten Agenturen kauft, gibt es wahrscheinlich einen Grund. Und ich glaube, in diese Richtung geht es ein wenig. Also ich glaube, Agenturen muss heute in erster Linie eben das, was ich vorhin gesagt habe, sicherstellen, sind es die richtigen Touchpoints, können wir die gleiche Geschichte über alle Touchpoints erzählen, sind es die richtigen überhaupt? Wie sieht der Journey aus? Was ist die Aufgabe? Wo holen wir das Kunden ab? Oder der User? oder was auch immer. Und dann rede ich von und offline. Also nicht nur die Geschichte. Ich glaube, die Sache Streamlining, die Wartungshaltung vom Tisch gegenüber ist, glaube ich, relativ stark gewachsen. Also UX-Themen. Früher, ich weiss noch, vor 10 Jahren war der 7-Seich, wie eine tolle Webseite gemacht, die noch irgendeine Schnittstelle zu einem Subsystem hatte. Und die geil ausgesehen hat. Genau. Das GIF hat blinken oder dreht, war es okay. Heute geht es wirklich um mehr. Heute geht es wirklich darum, welche Personen kommen, wie führen wir sie, wo können wir ihnen helfen. Und das ist noch schwierig, ich finde, das Ganze auch iterativ. Ich finde, eine Herausforderung in der heutigen Zeit ist den Leuten klarzumachen, es ist nicht einmal und dann gehen wir. Sondern lass uns mal etwas bauen lassen, wo wir alle zusammen glauben, es funktioniert. Und dann relativ schnell ein Anbieter treffen. Es ist heute mehr eine Partnerschaft. Ich glaube auch, das haben wir relativ schnell auch gemerkt. Wir sind sehr viele unternehmerisch angehuchte Leute. Und das kommt bei den Kunden extrem gut an, wenn du auch wirklich über das Geschäft, vielleicht im ersten Moment nicht, hey, das ist unsere Kampagne, wir können so machen, sondern die vorab schon mit dem Geschäftsmodell des Kunden identifizierst. Und vielleicht eben eigenständig auch gewisse Probleme evaluierst. Auch dort könnte eine Schwierigkeit bestehen, deine Botschaft zu vermitteln. Und dann eigentlich das ganze Geschäftsmodell anschaust und nicht einfach mit einer geilen Vermarktungskampagne und sagst, okay, wir machen dir jetzt das, wo du einfach unabhängig an dich laufen lässt, sondern viel mehr ins ganze Geschäftsmodell reingehst und schaust, wie verdienen die Geld? Wer ist der Kunde? Wer ist in zehn Jahren eurer Kunde? Viel mehr in die Beratung reingehst. Ich würde auch sagen, ich habe nicht den Vergleich, aber ich merke es einfach bei unseren Kunden, dass du zuerst, eigentlich, vielleicht nicht einmal 50% in der Idee der Vermarktung drin bist, mehr Umsatz, sondern eigentlich den ganzen Rattenschwanz vorher schon, ähm, ja, anschaust und beratest. So, okay, ja, ihr macht das, ja, wieso machen ihr das auch nicht digital dort? Aber eigentlich bist du gekommen, wegen einer Social-Media-Kampagne, aber du merkst, wenn du das Geschäftsmodell verstehst, ja, aber es geht gar nicht auf. Wir können nicht Social-Media machen, wir sind dort irgendwie nicht digital auf Weg. Ich glaube, das ist so. Absolut. Und, äh, wenn es lustig, wir haben einen Geschäftsleitungsmitglied, der kommt immer mit dem, ähm, mit dem Spruch, eben, ein Scheiss-Prozess bleibt auch ein digitaler Scheiss-Prozess. Absolut. Und wenn digital... Ja, ist wirklich. Aber der zeigt doch, du musst, es geht nicht nur darum einen Prozess digitalisieren, sondern das Geschäftsmodell auch verstehen und dann eben, entweder mit Marketing, es verfliesst ja heute sowieso. IT und Marketing verfliesst so stark im Moment. Ich meine, mit Programmieren, du musst digitale Lösungen dazu haben, also du kannst fast nicht mehr sagen, es ist jetzt nur noch IT oder es ist Marketing. Nein, völlig nicht. Also ich finde eh, ich habe kurz mit einem Kollegen darüber diskutiert, eigentlich ist es falsch, wenn noch irgendeine Firma sagt, wir haben eine digitale Strategie. Es gibt keine Digi... Es gibt keine andere. Also, da bist du im Mindset noch zu alt. Es gibt einfach eine Strategie im digitalen Zeitalter. Aber trotzdem in der Kommunikation kann es eben helfen, wenn du dann schreibst, wir haben eine digitale Strategie. Wie wir auch gesagt haben, wir sind eine digitale Agentur. Ja, ja. Weil einfach, dass es bei denen, die es beginnen müssen, einfach noch etwas klarer dort ist. Ja, ja. Selbstverständlich. Ich finde, wir sollten es nicht trennen. Du kannst nicht eine normale Strategie, eine digitale Strategie. Nein, nein. Du hast ja auch nicht offline. Du hast nie gesagt, ob wir jetzt eine offline Strategie machen. Ja, also, da bin ich genau die innere Meinung. Und vielleicht das noch ist die Frage, was sich ändert. Ich glaube auch die Leute durch das. Also ich glaube, du brauchst andere Leute. Wie soll ich sagen, du brauchst, sagen wir mal, das ganze Digitale, du brauchst eine total andere Kultur. Du hast nicht böse gemeint, wie viele Kreative. Aber es gibt ja viele, die früher noch sehr hierarchische Dinge sind. Ich sage immer, es hat so einer gegeben und er ist dann in die Kamera zurückgegangen und hat sich keine Ideen überlegt. Und dann ist nach vier Wochen zur Kamera ausgekommen und dann ist der Film aufgegangen. Und dann ist die Wahrheit da gewesen. Ich glaube, das braucht es heute in dem Sinne nicht mehr so. Also, es braucht immer noch gute Ideen, aber ich glaube, das Feld ist jetzt so wahnsinnig komplexer geworden, als noch vor 15 Jahren, mit all den Channels und so weiter. Es braucht, glaube ich, heute wirklich viel mehr als früher auch schon interdisziplinäre Teams. Ich glaube, es ist wahnsinnig, gute Lösungen sind heute brutaler Teamsport. Ja. Man muss auch eine Initialzündung haben, der andere kommt aus dem digitalen oder weiss ich auch nicht, ein Programmierer hat eine total andere Sicht auf ein Problem, das du lösen musst, wie ein kreativer. Ich glaube, Kunst heute ist, eine gute Beratungsleistung nachher zu bringen, dass du die Leute im Haus hast und dass du sie zusammenbringst und dass sie interdisziplinär eben ein Problem lösen, das Sinn macht. Und ich glaube, vielleicht geht es ein bisschen ähnlich. Ich glaube, auch die Geschwindigkeit ist wichtiger geworden, dass du schneller musst. Es muss vielleicht nicht mehr die perfekte Lösung sein, mit denen du früher vielleicht 27 Mal in ein Meeting kamst, ob du jetzt das Adjektiv oder das Adjektiv nimmst, wo du heute viel schneller bist, wo du heute vielleicht fünf Kampagnen machst, die du früher eine gemacht hast, aber viel schneller reagierst darauf, die ersten Top performt, da nicht so, ja ok, machen wir sie so. Das bietet natürlich Digitalisierung an Vorteile, wo du einfach schneller sein kannst. Und natürlich dann auch in der Ausbildung. Ich bin fast der Meinung, du kannst diese Ausbildung fast nicht machen. Ein Social Media Manager, wenn der anfängt zu lernen, bis der fertig ist, das, was er am Anfang gelernt hat, ist sowieso wieder veraltet. Darum, ich glaube, du musst einfach sehr, sehr motivierte, intrinsisch motivierte Leute in diesem Bereich haben. Ob die jetzt das gelernt haben, ja klar, ein Programmierer muss programmieren, das ist nochmal besonders. Aber im Grundsatz brauchst du einfach motivierte Leute, die etwas für das brennen und das Auge dafür haben. Und darum glaube ich auch, interdisziplinäre Teams und einfach auch, wie ich sage jetzt, Leute, die es einfach geil finden. Die es einfach geil finden, an solchen Sachen zu arbeiten. Ob jetzt die einen Master in dem haben, oder ja. Du brauchst für gewisse Sachen, klar, für die Umsetzung nachher unten dran. Wenn du einen Screen Design machst, machst du von vorne mit einem Grafiker, was macht, ich könnte es nicht. Aber im Grundsatz für die Idee und das Schnelllebige glaube ich heute nicht mehr, dass du jetzt die Bestausbilder brauchst, sondern die, die sich am meisten mit dem Thema auseinandersetzen und dafür bringen. Und dann hast du vielleicht jemanden, der sich mehr für diese Themen interessiert, der vielleicht mehr für diese eigene Initiativen mehr in diesen Bereichen und dann musst du die nachher eben genau wieder rauskürzeln. Absolut. Kann ich so unterschreiben. Ich habe nichts mehr angezogen. Wir sind leider schon bald am Ende oder wir sind mehr oder weniger am Ende dieser Geschichte. Wir haben irgendwann bestimmen, wir machen es nur noch eine halbe Stunde. Früher war es eine Stunde. Ich glaube, wir könnten zwei Stunden hier sitzen. Absolut. Es interessiert auch einen irgendeinen Ingenieur mehr. Es war sehr, sehr spannend der Einblick. Auch mal in eine andere Agentur, Social Media, sehr, sehr spannend. Ich glaube, wir haben ein ähnliches Mindset und ich glaube, es gilt es uns, unsere Botschaft weiter nach aussen zu tragen. Vielen, vielen Dank, du bist da gewesen. Ja, merci vielmals für die Einladung. Ich wünsche dir alles Gute. Gleichfalls. Vielleicht sehen wir uns mal mit einem Projekt. Ich freue mich. Alles Gute. Ich bin die Hände. Ich bin die Hände. Ich bin die Hände. Ich bin die Hände. Vielen Dank.